So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und in dieser Folge geht es um etwas sehr Interessantes, was letzte Woche passiert ist. Und zwar sieht es so aus, als ob wir eine Zinssenkung in den USA bekommen. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. So, das ist Folge 58 und das Thema heute ist die höchstwahrscheinlich eintretende Zinssenkung in den USA. Und ich, ich weiß nicht, ob man es hört, habe mir vielleicht ein bisschen kratzige Stimme, weil ich hatte am Wochenende Geburtstag, bin 33 geworden. Wir haben gut gefeiert bei mir zu Hause und ja, ich bin aber noch nicht so ganz wieder auf den Damm. Aber ich nehme das heute auf am 15.07.2019. Morgen kommt die Folge raus. Das heißt, es ist alles höchst aktuell, was ich hier habe. Und was kann man Besseres tun an einem Tag, wo man noch nicht so richtig in die Gänge kommt, als sich mal Gedanken darüber machen, was denn so eine Zinssenkung für die Zukunft, die nähere Zukunft des Aktienmarktes bedeutet. Müssen wir vielleicht unsere Strategie anpassen, werden Dinge sich anders entwickeln, als wir das gedacht haben. Darum geht es in dieser Folge. So, und zuerst würde ich sagen, schauen wir uns mal wie in einer guten Serie an, was bisher passiert ist. Und zwar ist dir sicherlich auch aufgefallen, Donald Trump drischt ja eigentlich schon seit seinem Wahlkampf auf die US-Notenbank ein. Nein, damals war die Chefin noch Yellen, jetzt ist es Jerome Paul. Und in den letzten Wochen hat Jerome Paul richtig dickfett Feuer unterm Hintern bekommen von Donald Trump in einer Art und Weise, wie das eigentlich nicht erlaubt ist, nicht statthaft ist und wie das auch wirklich nicht gut ist. Weil die Notenbank ist unabhängig und sie muss auch, sie darf nicht nur unabhängig sein, sondern alle anderen müssen auch glauben, dass sie unabhängig ist, damit sie ihre Aufgabe voll und ganz erfüllen kann. Und in einer Situation, wo die Marktteilnehmer nicht mehr glauben, dass die US-Notenbank unabhängig ist, eine solche Situation ist sehr schwerwiegend, weil das generelle Vertrauen dann der Marktteilnehmer auch in die Wirtschaft verloren geht, mit der Folge, dass Investitionen zurückgehalten werden und ähnliche Dinge stattfinden. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Türkei, wo der Lira-Kurs jetzt das zweite Jahr in Folge massive Verluste macht. Wir haben das auch mal in der Folge letztes Jahr behandelt, dass die Lira stark fällt. Und dies ist nun wieder so und auch in den USA, da ist es zum Beispiel ja so, dass der Präsident den Notenbankchef feuern kann. Soweit ich das, also ich bin mir jetzt da über die juristische Angelegenheit in der Türkei natürlich nicht so im Klaren, aber auf jeden Fall hat er das gemacht. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist die Zinssenkung in den USA. So, und jetzt in den letzten paar Wochen hat halt Jerome Powell richtig Feuer unterm Hintern bekommen von Donald Trump. Und auch Donald Trump hat angedroht, dass er Jerome Powell feuern wird, wenn er nicht die Zinsen senkt. Nun, zwei Dinge. Also erstens, der US-Präsident hatte kein Recht, den Fed-Chef zu feuern. Er hat da nicht die Möglichkeiten zu, es ist nicht erlaubt. Und diese Androhung unterminiert eigentlich die Glaubwürdigkeit der Fed, weil wenn jetzt Jerome Powell tatsächlich tut, was der Präsident sagt, dann wird die Notenbank als weniger glaubwürdig eventuell wahrgenommen und eher eventuell als erpressbar. Nun, die Sache ist, nun, der US-Präsident kann den Fed-Chef gar nicht feuern, aber was er tun kann, ist, er kann ihn degradieren. Und auch das hat Donald Trump angekündigt, dass er dies tun würde. Er kann ihn halt wieder zum Fed-Gouverneur degradieren, das heißt, der Chef von einer regionalen Notenbank. Und das ist tatsächlich möglich. So, warum möchte Donald Trump, dass die Zinsen gesenkt werden? Das will er ja im Prinzip schon seit seinem Wahlkampf. Der Hintergrund ist folgender, das Senken der Zinsen würde zu einem schwächeren Dollar führen. So, warum haben die Zinsen, die Leitzinsen, Einfluss auf den Dollarkurs? Nun, wenn wir die Zinsen anheben, dann bedeutet das, dass die Fed zu diesen Zinsen Geld an die Bankhäuser, die privaten Bankhäuser oder die öffentlichen Bankhäuser verleiht. Und diese Bankhäuser geben dann diese Zinsen an ihre Kunden weiter. Nehmen sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen was raus, geben die natürlich nicht eins zu eins wieder weiter, aber geben die Veränderungen der Zinssätze auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise weiter an ihre Kunden. So, und wenn du jetzt zum Beispiel Geld anlegen willst, Geld sicher anlegen willst, dann könntest du das zum Beispiel in Europa anlegen. Und wie du sicherlich weißt, in Europa bekommt man auf Sparguthaben keine Zinsen mehr. Vielleicht bekommst du 0,1% Zinsen. Wenn du zu viel auf dem Konto hast, dann musst du sogar Negativzinsen in Kauf nehmen. Das heißt, nur deswegen, weil dein Geld auf diesem Konto liegt, zahlst du Zinsen an die Bank und nicht die Bank, Zinsen an dich. So, und in den USA ist es aber anders. In den USA haben wir zurzeit einen Zinssatz von 2,5%. Das heißt, die Sparer bekommen auf jeden Fall Zinsen dafür. Und das ist ein ziemlich guter Zinssatz, besser als in vielen anderen Ländern. Das heißt, Menschen aus anderen Ländern, Sparer aus anderen Ländern eröffnen jetzt ein Konto in den USA, tauschen dann ihre Währung in US-Dollar um, senden die US-Dollar auf dieses Konto und bekommen dort diese 2 bis 2,5% Zinsen auf ihr Guthaben. Und der Vorgang des Umtauschens der eigenen Währung in die andere Währung ist das, was den Dollarkurs steigen lässt. Wenn ich meine eigene Währung in den Dollar umtausche, dann schaffe ich dabei ein Angebot meiner eigenen Währung, ich biete meine Währung an, und eine Nachfrage des US-Dollar. Und das, was stärker nachgefragt ist, steigt im Preis. Und das, was zu stark im Angebot ist, fällt im Preis. Das heißt, meine Währung fällt im Vergleich zum US-Dollar. Der US-Dollar steigt im Vergleich zu meiner Währung. Und das ist das, warum die Leitzinsen in einem Land den Kurs der Währung beeinflussen. Nun, wenn wir jetzt die Zinsen wieder senken in den USA, dann haben wir die folgende Situation, dass halt das weniger attraktiv ist für Sparer. Und deswegen wird es weniger Leute geben, die ihr Geld in US-Dollar umtauschen. Und damit müsste der Kurs eigentlich fallen. Müsste der Kurs eigentlich fallen, die Frage ist, wird das wirklich so eintreten? Höchstwahrscheinlich schon. Aber auch die Zentralbanken von Japan, von China, von Europa, von vielen anderen Ländern senken ebenfalls ihre Zinsen. Das heißt, vielleicht ist es am Ende ein Nullsummen-Spiel, aber selbst wenn es ein Nullsummen-Spiel ist, die USA waren ja bislang in einer ganz anderen Situation. Und zwar alle anderen Zentralbanken haben ihre Zinsen gesenkt, bis in einen Bereich, wo wir in Negativzinsen sind, währenddessen die USA ihre Zinsen weiter angehoben haben. Also zumindest diese Spirale hört auf. Und es gibt ja noch andere Faktoren, die den Währungskurs beeinflussen. Und somit ist es sehr, sehr stark wahrscheinlich, dass der US-Dollar fallen wird dadurch. Und das ist das, was Donald Trump erreichen will. Außerdem, warum will Donald Trump das noch erreichen? Und zwar, ein niedriger Dollar ist auch ein Wettbewerbsvorteil für US-Unternehmen, die ihr Geld im Ausland verdienen, ein exportorientierter Unternehmen. Und die würden davon ebenfalls profitieren. Nun ist Folgendes passiert, unabhängig von den Drohungen oder nicht, hat der FED-Chef Jerome Powell Folgendes gesagt, und zwar jetzt letzten Mittwoch, den 10.07. Die FED stehe bereit, angemessen zu handeln, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Und andere Sätze noch, die sehr interessant waren. Und bei der FED ist das ja immer so ein bisschen ein Dechiffrieren von dem, was sie eigentlich sagen wollen. Also der FED-Chef würde niemals sagen, bei der nächsten Sitzung senken wir die Zinsen um 25 Basispunkte, weil wir das Gefühl haben, es gehe der Wirtschaft schlecht. Das wäre eine viel zu krasse Aussage, wenn ein FED-Chef sagt, es geht der Wirtschaft schlecht. Deswegen gibt es da andere Formulierungen. Aber auf jeden Fall, wie hat Powell das begründet? Er hat es begründet mit gedämpfter Inflation, mit Investitionen, die spürbar verlangsamt sind. Und das ist jetzt auch eine ganz interessante Formulierung. Wirtschaftswachstum hat ein mäßigeres Tempo eingelegt. Also um nicht zu sagen, das Wirtschaftswachstum ist langsamer geworden, es hat ein mäßigeres Tempo eingelegt. Ich finde das immer ganz hervorragend, wie das formuliert ist. Ja, und das sind halt die Begründungen von Jerome Powell. Und um das jetzt noch mal ein bisschen zu dechiffrieren, dechiffrieren, die gedämpfte Inflation. Wir haben eigentlich die Vermutung gehabt, dass die Inflation in den USA anzieht. Deswegen wurden die Zinsen angehoben. Und nun stellt sich heraus, dies ist eigentlich nicht wirklich der Fall. Die Inflation fällt wieder. Und eine Maßnahme dagegen ist halt, die Zinsen zu senken. Die Investitionen verlangsamen sich spürbar. Man kann das sehen bei den vorauslaufenden Indikatoren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den ISM ansehe, das ist der wichtigste vorauslaufende Indikator, dann können wir sehen, dass noch vor ungefähr einem Jahr wir einen ISM-Wert von 60 hatten. Das ist ein gutes, solides Wachstum. Und jetzt die aktuellste Prognose sagt, dass wir nur noch einen ISM-Wert von 51,7 haben werden, beziehungsweise vielleicht auch nur von 51. Und was bedeutet das? Nur mal kurz zur Erklärung. Es gibt auch eine ganze Folge darüber über vorauslaufende Indikatoren. Aber wir haben eine Grenze bei 50. Und alles unterhalb von 50 bedeutet, dass die Wirtschaft schrumpft. Alles überhalb von 50 bedeutet, sie wächst. Und umso größer die Zahl, umso schneller wächst die Wirtschaft. In den USA und der ISM ist halt jetzt für das produzierende Gewerbe. Dann gibt es noch den NMI für das Service-Gewerbe. Und wir haben jetzt halt hier einen Wert von nur noch 51 ungefähr. Also kein besonders guter Wert. Und wenn wir uns das mal ansehen, der Service-Sektor steht noch ein bisschen besser da. Das ist 55. Und häufig ist es aber so, dass, wenn wir in eine Rezession eintreten, dass einer der beiden Werte zuerst in den tieferen Bereich sinkt und der andere folgt. Also wäre das in diesmal eventuell so, malen wir mal jetzt hier keine, nicht den Teufel an die Wand, wäre das so, dass das produzierende Gewerbe zuerst in den Bereich fällt, wo die Wirtschaft schrumpft. So, und jetzt kommt Werbung. Kennst du das auch? Du möchtest zig Bücher lesen, aber du findest nicht die Zeit, sie zu lesen. Du kaufst dir 5 Bücher in der Zeit, in der du eins lesen kannst und dein Stapel zu Hause mit den ungelesenen Büchern wird immer größer und größer. Und du nutzt Podcast als Möglichkeit, Wissen auditiv aufzunehmen, damit du deinen visuellen Sinn frei behalten kannst und dich zum Beispiel auf den Verkehr beim Autofahren und ähnliche Sachen zu konzentrieren. Wenn das so ist, dann ist Blinkist ideal für dich. Blinkist ist eine App, die Zusammenfassung von Büchern veröffentlicht. Du hast eine Kurzzusammenfassung von mehr als 3000 Büchern und die hast du als kurzen, knackigen Text oder als Podcast-ähnliches Audioformat. Und diese Audio-Hörbuch-Variante erhältst du auch mit echten und wirklich sehr guten Sprechern. Und du hast mehr als 25 Kategorien, darunter zum Beispiel Börse und Geld, was für uns wahrscheinlich ganz interessant ist, Geschichte, Politik, Bildung, Wissen, Marketing, Vertrieb, auch Natur, Umwelt, Kreativität. Hier auch ein interessantes Thema, Liebe und Sex, Unternehmertum und Small Business. Also hier gibt es viele interessante Themen, auch ganz andere Sachen wie zum Beispiel Philosophie, Psychologie oder persönliche Entwicklung. Und ich nutze Blinkist selber und habe mir schon einige interessante Blinks, so heißen nämlich die Kurzzusammenfassung der Bücher dort, angehört zum Beispiel André Kostolany, die Kunst über Geld nachzudenken. Oder von Nassim Nikolas Taleb gibt es einiges, wie zum Beispiel das Risiko und sein Preis, die Narren des Zufalls und Antifragilität, was ich dir sehr ans Herz legen kann. Ein antifragil aufgesetztes Aktiendepot ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Oder wenn du ein bisschen mehr Freizeit haben willst, Tim Ferriss, auch ein großartiger Podcaster, die Vier-Stunden-Woche. Tony Robbins, unangreifbar. Benjamin Graham, intelligent investieren, einer der Urväter des Value Investing. Dann haben wir Gerd Kommer, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und nicht zu vergessen eins der größten Bücher aller Zeiten, so wie ich finde, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und das Geile ist, am Ende vieler Titel bekommst du nochmal eine Zusammenfassung mit nützlichen Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und für deinen Beruf. Und es gibt viele Titel auf Deutsch und auf Englisch. So, und für mich ist Blinkist inzwischen ein guter Begleiter geworden. Ich, wie du weißt, fahre viel Auto. Jetzt nächste Woche steht Wien eine lange Reise bei mir an. Ich bin vier Tage weg, bewege mich im norddeutschen Raum. Und da werden wieder einige Blinks heruntergerattert werden. Was ich mir demnächst zum Beispiel anhören werde, ist Tee Half Acre. So denken Millionäre. Er selbst hat ja auch schon mal einige Male Erwähnungen in meinem Podcast gefunden. Und ich bin gespannt auf die Zusammenfassung. Was außerdem großartig ist, die Zahl der Blinks, die existieren, werden immer größer. Blinkist bleibt nicht stehen, sondern jeden Monat kommen circa 40 neue 15-minütige Titel hinzu. Und wenn dir das gefallen hat, dann ist Folgendes vielleicht interessant für dich. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Startup Trading Hörer. Auf blinkist.de slash Florian erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und Blinkist wird buchstabiert Berta, Ludwig, Ida, Nordpol, Klaus, Ida, Siegfried, Theodor. Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T Und nochmal blinkist.de slash Florian. Und das Geile ist, du kannst das auch alles kostenlos testen und dich selbst davon überzeugen, wie großartig du Blinkist findest, bevor du das Abo abschließt. Und all diese Dinge sind, denke ich mal, der wirkliche Grund, warum Jerome Paul gesagt hat, wir senken jetzt mal die Zinsen. Viel weniger, dass der US-Präsident den dazu gedrängt hat. Weil was würde dann passieren, wenn wir die Zinsen senken würden? Das würde bedeuten, dass halt US-Unternehmen wieder mehr Gewinne machen können im Ausland, weil sie ihre Waren günstiger anbieten können, ihre Währung ist weniger wert. Das ist ja der große Wettbewerbsvorteil, den Deutschland auch immer hat mit dem niedrigen Euro und dem starken Export. Das ändert nichts daran, dass Export insgesamt schwächer wird, weltweit. Wir sehen das ja in Deutschland. Unsere großen Exportunternehmen führen gerade Massenentlassungen durch. Hast du sicherlich auch mitbekommen in den Nachrichten, dass tausende Jobs abgebaut werden bei vielen, vielen Unternehmen. Unternehmen gehen in Kurzarbeit. Das heißt, der Export lahmt einfach weltweit. Woran liegt es? Wer hat daran Schuld? Eventuell zu einem sehr großen Anteil Donald Trump mit seinem Handelskrieg, der dazu führt, dass einfach die Exportströme in der Welt versacken und sich nicht mehr so gut entwickeln. Das heißt, selbst mit einem günstigeren Dollar muss es nicht unbedingt bedeuten, dass US-Unternehmen jetzt so viel besser profitieren davon. Weil wenn Export einfach nicht da ist, also wenn niemand kauft, dann stellt er sich auch nicht die Frage, wo kriege ich es günstiger? Sondern er kauft halt einfach nicht. Wollen wir hoffen, dass dies hilft, den Dollar zu senken. So, was wird jetzt passieren? Also, wir können davon ausgehen, dass wir Ende Juli eine Zinssenkung bekommen von 25 Basispunkten. 25 Basispunkte, das sind 0,25%. Und es gibt so eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, es gibt extra Futures darüber, wie die FED sich entwickeln wird, wie der Zinssatz sich entwickeln wird. Es gibt eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar eine Senkung von 50 Basispunkten bekommen. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass wir eine Senkung von 50 Basispunkten bekommen. Mindestens 25 Basispunkte bekommen wir höchstwahrscheinlich. Und einige Bankhäuser haben sich auch schon geäußert, dass sie davon ausgehen, dass wir dieses Jahr 2019 drei Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten bekommen. Und um nur mal aufzuzeigen, wie verrückt eigentlich gerade der Markt ist, der Anleihenmarkt ist, der Zinsmarkt ist, wir haben einfach eine absolute Verbilligung von Anleihen, von Staatsanleihen. Und ein Beispiel, wir haben in Europa 14 Unternehmen, die Junk-Bonds haben, das heißt Unternehmen mit der schlechtesten Liquidität. Und diese Anleihen, das sind ja im Prinzip Möglichkeiten für Investoren, dass sie diese Anleihen kaufen können. Die werden rausgegeben und Unternehmen finanzieren sich mit diesen Anleihen und zahlen dann natürlich am Ende auch einen Zinssatz aus für diesen in Anführungszeichen Kredit, den man dem Unternehmen oder auch einem Staat durch eine Anleihe gibt. und man kann diese Anleihe untereinander auch handeln und kann da auch Gewinne machen. So, und die Zinsen auf diese Anleihen sind bei diesen Junk-Bonds, bei diesen 14 Junk-Bonds, das heißt Anleihen für Unternehmen, die wirklich eine schlechte Liquidität haben, für diese Schrott-Bonds, liegen bereits im negativen Bereich, das heißt man zahlt Negativzinsen, wenn man diese Junk-Bonds handeln möchte oder wenn man sie halten möchte. Dann ist es so, vor ein paar Jahren kam das ja auf, dass Deutschland auf einmal sich zu negativen Zinssätzen verschulden kann, das heißt Deutschland gibt Staatsanleihen aus und andere Staaten oder auch Banken, Unternehmen, große institutionelle Investoren wie Rentenfonds kaufen diese und normalerweise ist das so, dass sie dafür, dass sie quasi dem deutschen Staat Geld leihen, eine Rendite bekommen als Zinsen. Nun, bei den deutschen Anleihen, bei den deutschen Staatsanleihen ist das schon seit einer geraumen Zeit so, dass diese Anleihen negativ verzinst werden. Das heißt, der andere Staat, der vielleicht deutsche Staatsanleihen kauft, der oder der Investor, der institutionelle Anleger, der bekommt keine Zinsen dafür, sondern der zahlt Deutschland noch Negativzinsen, dass er sein Geld bei Deutschland parken darf, einfach nur, weil er weiß, ich habe mein Geld jetzt an einem Ort geparkt, wo es sicher ist. Dafür zahlen sie jetzt Negativzinsen. Eine absolut absurde Situation, die, soweit ich weiß, vorher noch nie existiert hat und die uns auch zeigt, in welcher Krise unser Finanzsystem ist. Also hier wird wirklich quasi eine OP am offenen Herzen beim sterbenden Patienten durchgeführt. Und das hört sich jetzt alles total negativ an, was ich sage. Ich sehe das nicht falsch. Ich bin kein Bär und ich bin auch überhaupt nicht der Ansicht, dass hier das Finanzsystem zusammenrechnen wird oder so. Aber es sind interessante Dinge. Ich meine, es gibt immer Situationen zu jeder Zeit, wo man sagt, oh, das ist aber gefährlich in unserem Weltwirtschaftssystem. Und diese Sache mit den negativen Zinssätzen, die ist halt gerade sehr, sehr auffällig in unserer heutigen Zeit. Und jetzt habe ich gerade gesagt, also vor einigen Jahren war das so, Deutschland hat mit und damit angefangen und jetzt ist es so, dass fast alle nordeuropäischen Länder, also jetzt, damit meine ich nicht Skandinavien, sondern Teil Europa zur Hälfte auf, machen Strichen damit und alles, was über der Linie ist, das sehe ich jetzt mal als nordeuropäische Länder. Fast alle nordeuropäischen Länder und Japan haben Negativzinsen auf ihre Staatsanleihen. Und das ist jetzt wirklich absurd. Sogar Griechenland, sogar Griechenland hat Negativzinsen auf seine Staatsanleihen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das kauft, weil also wirklich die Sicherheit, die Liquidität, dass ich weiß, da ist mein Geld gut geparkt, habe ich ja hier wirklich nicht. Oder aber es ist so, Europa wird es schon retten. Und da wird meinem Geld auch nichts passieren. Das wird schon gerettet werden. Das Kuriose ist allerdings, dass ich halt im Prinzip für griechische Staatsanleihen eine schlechtere Rendite bekomme als für US-Staatsanleihen. Und welcher der beiden Staaten wäre wohl sicherer? Also wo ist mein Geld sicherer geparkt? Trotzdem kriege ich von den USA höhere Zinsen auf meine Staatsanleihen als wenn ich die in Griechenland parken würde. Und das zeigt auch alles ein bisschen, die Situation ist total crazy, total absurd gerade. So, nun haben wir mal einen Abriss gemacht darüber, was gerade bei uns los ist. Und jetzt würde ich mir mit dir gerne mal die Folgen anschauen, die das hat. Eins habe ich ja schon gesagt, wir können jetzt davon ausgehen, dass der Dollar fällt. Das bedeutet, US-Unternehmen, die im Ausland ihr Geld verdienen, machen mehr Gewinne, verdienen mehr bei ihrem Handel. Eine andere interessante Sache ist, dass durch einen fallenden Dollar auch Rohstoffunternehmen mehr Geld verdienen. Rohstoffunternehmen verdienen deswegen mehr Geld, weil Rohstoffe in Dollar gehandelt werden. Und das bedeutet, wenn der Dollar fällt, ist der Rohstoff im Gegenzug mehr wert. Du musst dir das jetzt einfach vorstellen, als wäre der Rohstoff, zum Beispiel Gold, eine Währung. Und ich habe jetzt, rein hypothetische Zahl, ich habe jetzt, früher, oder heute bekomme ich, für eine Feinunze Gold, bekomme ich 1400 Dollar. Und wenn der Dollar jetzt im Wert fällt, meine Feinunze Gold bleibt aber gleich im Wert, dann bekomme ich 1500 Dollar für meine Feinunze Gold. Ganz einfache Situation. Weil der Dollar weniger wert ist, muss man mir dafür mehr geben, dass ich dir weiterhin meine Unze Gold gebe. Also das bedeutet, Rohstoffpreise können steigen und Rohstoffunternehmen können mehr verdienen. Ist nicht unbedingt gesagt, dass es wirklich so eintritt, aber das ist, stellst dir einfach so vor, als hättest du eine Waage, wie entwickeln sich die Dinge und jetzt haben wir einfach von der einen Waagschale eine kleine Münze in die andere gelegt, das heißt, das Pendel schwingt schon ein bisschen mehr in die andere Richtung. So, und nun ist halt die Frage, was passiert nach der Zinssenkung mit der US-Wirtschaft, mit US-Aktien vor allem, was hat das für einen Einfluss? Und generell könnte man sagen, dass eine Zinssenkung sich positiv auswirkt auf US-Aktien. Also erstmal, US-Amerikaner verdienen mehr im Ausland und Unternehmen können sich günstiger verschulden, das heißt, sie können mehr investieren. Auch eine Sache, die Paul ja makuliert hat, dass er gesagt hat, Investitionen sind spürbar verlangsamt. Also hier will er was gegen tun, schnellere Investitionen. Nun ist aber das Problem, was passiert eigentlich, wenn wir die Zinsen senken und die Wirtschaftsdaten werden nicht besser? Was ist, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin schlecht bleiben oder wenn die Wirtschaftsdaten vielleicht sogar noch weiter fallen? Das würde bedeuten, dass die, ich meine, die Marktteilnehmer sind nicht blind, die sehen das, dass die Marktteilnehmer noch vorsichtiger werden, weil dies ist einfach ein Indiz für eine kommende Rezession. und du weißt sicherlich, wir haben gerade den längsten Boom aller Zeiten, ungefähr zehn Jahre lang einen Boom, das sogar mehr, das gab es eigentlich, das gab es eigentlich noch nie und deswegen umso länger wir, umso länger dieser Boom sich streckt, umso wahrscheinlicher ist es einfach, dass es hier auch einmal eine Rezession geben muss, dass es hier mal eine große Korrektur geben muss. Das bedeutet, dass Rezessionsrisiko würde steigen, wenn die Wirtschaftsdaten nicht besser werden. Also hier ist die große Hoffnung, dass wir die Zinsen senken und dadurch die Wirtschaftsdaten besser werden. Und sowas gab es auch schon mal in der Vergangenheit und zwar 1995, da wurde eigentlich in einen Boom hinein oder in steigende Wirtschaftsdaten wurden nochmal die Zinsen gesenkt, nur mal kurz, um dem ganzen Ding nochmal einen Klaps auf den Hintern zu geben, so dass es noch schneller und sicherer fliegt, so dass der Aufschwung nicht abgewirkt wird, aber das funktioniert halt auch nur wirklich dann, wenn dies nicht passiert, dann haben wir schon Probleme und die US, äh Quatsch, die New Yorker Notenbank, das ist so eine kleine regionale Notenbank in den USA, die veröffentlicht eine einen Indikator, der einfach dass die Rezessionswahrscheinlichkeit den Prozent ansagt und momentan ist diese Rezessionswahrscheinlichkeit bei 32% und das ist relativ hoch. So, was bedeutet das nun alles für uns? Ich würde mal folgende Tipps abgeben, aber das sind keine Handlungsempfehlungen, das ist jetzt einfach nur mal, was ich mir denke, was könnte passieren? Also erstmal, dass der Dollar fällt, man könnte also Dollar Short gehen, dann sehe ich hier gutes Potenzial für die Rohstoffe, ich bin sowieso Gold Long und werde das wahrscheinlich auch noch weiter ausbauen. Es ist möglich, dass nach der Zinssenkung die Aktienmärkte erstmal weiter anziehen. Tatsächlich historisch gesehen ist es so, dass nach einer Zinssenkung die Aktienmärkte für die nächsten paar Monate nochmal um ungefähr 3% anziehen und häufig kommt es dann aber zu einer Korrektur und da zeigt sich dann halt auch, in welche Richtung es weiter gehen wird. Muss die Notenbank weiter gegensteuern, extremer gegensteuern, längerfristiger gegensteuern und da gibt es ja auch noch eine andere Frage, Zinsen senken hin oder her, das ist das eine Instrument, was die Notenbank hat, das andere Instrument, was die Notenbank ja auch hat, ist, dass sie Anleihen aufkaufen kann, das hat sie ja schon zu Genüge getan auch, sie könnte auch theoretisch Aktien aufkaufen, sie hätte die Möglichkeit Helikoptergeld auszugeben, das heißt einfach pro Kopf Geld zu verteilen unter der Bevölkerung, sodass die mehr ausgeben, all diese Optionen gibt es, aber davon sind wir weit entfernt, wie gesagt, wir haben keine Rezession, dies sind Methoden und Mittel der Fed jetzt hier gegenzusteuern, bevor eine Rezession eintritt, währenddessen wir halt in den USA noch keine Rezession haben, sind tatsächlich in Europa, in der Türkei, in anderen Ländern schon Anzeichen einer Rezession zu sehen und die USA sind eigentlich zurzeit das Land, was hier am besten von allen dasteht, so, so viel erstmal dazu, diese Episode hatte nicht das Ziel, dir irgendwelche Handlungsempfehlungen zu geben oder dir Hinweise zu geben, wie du dein Portfolio umschichten kannst, sondern eher Denkanstöße zu geben, dass du mal überlegst, inwieweit ist deine Strategie, die du jetzt hast für dein Investment, für dein Trading immer noch passend oder inwieweit musst du jetzt vielleicht was umschichten, was umstellen, lohnt es sich zum Beispiel einfach mal die Quote von Gold in deinem Portfolio zu erhöhen, lohnt es sich Aktien zu reduzieren, lohnt es sich vielleicht mehr von zyklischen Aktien in defensive Aktien zu wechseln, all diese Überlegungen könntest du jetzt machen auf dieser Grundlage, es hat sich was verändert in der Mechanik der Finanzökonomie und wir müssen uns darauf einstellen, so einfach, also ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes, das ist ganz einfach, das geht ganz schnell und iTunes ist einfach der Maßstab für Podcasts, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du mir deine nette Bewertung schreibst, vielleicht ein paar Sterne vergibst und dann freue ich mich darüber, dich wieder in der nächsten Folge zu hören, also bis dahin, die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 58 ciao, ciao Bis dahin, ciao, 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 ciao,